Das Linklater's Career House So vielfältig und abwechslungsreich wie die tägliche Arbeit bei Linklater's sind auch die Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Kanzlei. Wir bieten hervorragende Perspektiven, spannende Herausforderungen und zugleich genug Raum für individuelle Wege. So sind wir im Jahr 2014 in Deutschlands größter Absolventenbefragung für das beste Employer-Branding ausgezeichnet worden. Zeit für Sie, einen tieferen Einblick zu gewinnen und die eigenen Möglichkeiten zu entdecken. Das Linklater's Career House ist unser Gesamtkonzept zu Ihrer Karriereentwicklung. Herzlich willkommen! Linkin Mit unserem Referendarprogramm Colleagues of Tomorrow und dem Praxisprogramm für Praktikanten bieten wir angehenden Juristen exzellente Einstiegsmöglichkeiten. Hier haben Sie die Chance, uns kennenzulernen und den Alltag bei Linklater's hautnah zu erleben. Über unsere Talent-Community halten wir den Kontakt zu vielversprechenden Nachwuchsjuristen und bieten Ihnen auch im Anschluss an die Programme eine Vielzahl besonderer Aktivitäten an. Möchten Sie bei uns anfangen, aber noch Ihre Promotion oder Ihren LLM abschließen? Kein Problem! Wir können Sie durch einen Promotions- oder LLM-Darlehen unterstützen. Sie studieren und steigen dann voll in eines unserer Teams ein. Die Linklater's Law & Business School hat den Legal Education & Training Award für das beste Weiterbildungsprogramm aller Kanzleien gewonnen. Kein Wunder! Für jeden Fachbereich gibt es ein spezifisches, maßgeschneidertes Curriculum mit obligatorischen und optionalen globalen und nationalen Trainings. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, mit handverlesenen Business Coaches ein professionelles Karrierecoaching für Ihre individuelle Weiterentwicklung wahrzunehmen. Mit den Young Links werden außerdem Kontakte zu Mandanten auf Peer-Level ermöglicht und so die Geschäftsentwicklung frühzeitig gefördert. Das Linklater's Women's Leadership Program unterstützt zusätzlich speziell weibliche Anwälte in ihrer Karriereentwicklung. Link Across Die enge Zusammenarbeit mit einem Leitpartner ermöglicht es Ihnen, in Ihrem Fachbereich zum Top-Experten zu werden. Gleichzeitig gibt es auch eine Welt jenseits des eigenen Fachbereichs, die es für Sie zu entdecken gilt. Durch Secondments und Rotationen lernen Sie andere Standorte und Practice Groups kennen. Wenn Sie, etwa aus familiären Gründen, Ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, so ist dies selbstverständlich möglich und in unserer Teilzeit-Policy klar geregelt. Und wenn Sie sich zeitlich voll einbringen wollen, aber irgendwann dennoch einmal eine Auszeit möchten, dann nehmen Sie ein Sabbatical. Als Managing Associate mit eigener Berufserfahrung können Sie eine bis zu drei Monate dauernde Auszeit nehmen. Und ob Sie die Zeit nutzen, um eine Weiterbildung zu absolvieren oder um die Welt zu bereisen, das liegt ganz bei Ihnen. Link Up Linklaters ermöglicht seinen Managing Associates ein komplettes Executive MBA-Programm an einer der führenden Business Schools im deutschsprachigen Raum. Universität St. Gallen, Mannheim Business School, Kellogg-WHU an der WHU und EBS Durham. Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden Sie an einer Top-Business School einen vollwertigen MBA-Abschluss machen, wobei Linklaters Sie finanziell wie zeitlich unterstützt. Link Beyond Wir können natürlich nicht garantieren, dass Sie eines Tages Partner oder Counsel werden. Aber wir glauben, dass Linklaters die ideale Ausgangsbasis für Ihre Karriere ist. Sie erwerben nicht nur exzellentes Wissen und reichhaltige Erfahrungen aus großen internationalen Mandaten. Sie reifen auch als Persönlichkeit, weil Sie Tag für Tag mit den Besten Ihres Fachs im Team arbeiten. Sie bauen sich ein Netzwerk auf, das bestehen bleibt. Und wenn Sie Linklaters hinter sich lassen und den nächsten Schritt gehen möchten, dann unterstützen wir Sie persönlich und durch professionelles Karriere-Coaching mit einer der führenden Karriereberaterinnen Deutschlands. Was Ihnen jedoch immer bleibt, ist, dass Sie Teil des einzigartigen Linklaters-Alumni-Netzwerks sind. Sie sehen also, Ihre persönliche Entwicklung ist uns wichtig, damit aus vielversprechenden Absolventen echte Anwaltspersönlichkeiten werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Linklaters-Career-Haus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.